Willkommen bei Schon Gewusst, der Podcast von Sparder Surfsafe. Ja, herzlich willkommen zum neuen Schon Gewusst Podcast. Mein heutiger Gast ist der... Dennis. Der Dennis. Was heißt auch Dennis? Oh Gott. So viel Dennis jetzt auf einmal. Verdammt. Ja, auf jeden Fall sehr schöner Name. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Du bist jetzt zum ersten Mal bei dem Podcast dabei. Ich hab ja davor die Podcast immer mit dem Felix gemacht. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, was sind deine Hobbys und was dein Lieblingsessen? Ja, ich bin hier bei der Firma 8com, IT-Administrator. Guck also, dass hier die ganzen Serverchen laufen, dass wenn irgendwie die Leute Probleme haben mit ihrem Computer, dass ich da auch mit Rat und Tat zur Seite stehe, dass ich neue Dienste implementiere, also aufsetze. Und ja, das ist so mein täglich Brot. Ja, hobbymäßig bin ich als DJ unterwegs. Sehr geil. Ja, Musik ist halt so mein Steckenpferd, meine große Liebe. Und ja, das macht auf jeden Fall sauviel Bock. Okay, cool. Das heißt, du bist bei der 8com hier IT-Experte auch, kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Und das heißt auch, du kennst dich dann auch mit Geräten aus, ich sag mal, die sich komisch verhalten. Das wäre nämlich unser Thema heute, genau. Weil unser Thema heute ist... Die digitale Identität und was mache ich, wenn ich mein Smartphone gehackt habe? Sehr schön. Oder wenn mein Smartphone gehackt wurde. Gehackt wurde, genau. Ich habe mein Smartphone selbst gehackt, okay. Ja gut, kann man auch machen. Ja, geht auch. Zum Üben. Ja, genau, zum Üben. Und deshalb bist du auch heute der richtige Mann für, ja, wie gesagt, unser heutiges Thema. Ich lege direkt mal los mit einer ersten Frage. Ich glaube, das wurde mir auch schon öfter mal in den Livestreams und so gefragt, von hier, spart das Surfsafe. Wie erkenne ich denn, ob mein Handy gehackt wurde? Ja, das ist immer so eine Sache. Wenn der Hacker gut ist, erkennst du es gar nicht. Dann hast du keine Chance. Wenn der Hacker schlampig gearbeitet hat, dann merkst du es meistens daran, Handy wird warm. Handy verbraucht verdammt viel Akku. Das Handy macht auf einmal Sachen, die es sonst nicht macht. Da sind auf einmal irgendwelche Apps, die du gar nicht installiert hast. Die wahrscheinlich im Hintergrund auch durchlaufen. Ja, die im Hintergrund durchlaufen und ziehen dann halt auch Akku. Der Speicher ist auf einmal voll. Also das kann wirklich alles von A bis Z sein, weil wenn das Gerät, in der Fachsprache heißt das geohnt, also in den Besitz des Angreifers übergegangen ist, dann kann er halt damit machen, was er will. Wobei man auch dazu sagen muss, so ein Smartphone zu hacken, das bedarf schon ziemlich viel Vorbereitung. Mittlerweile sind die Geräte, wenn die auf dem aktuellen Stand sind und auch am aktuellen Stand der Technik, also nicht nur von dem Betriebssystem, sondern halt auch von der Hardware an sich, das ist schon ein heftiges Ziel. Also die sind nicht so einfach zu knacken, wie man sich das vielleicht denkt. Und wenn man da halt ein bisschen aufpasst, dann ist man da halt auch schon schnell auf der sicheren Seite. Okay. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel der Hacker wirklich, wie du gesagt hast, schlampig gearbeitet hat und mir fällt jetzt extrem auf, dass mein Handy an Performance-Einbußen leidet oder keine Ahnung, Akku geht schneller leer als sonst und ich sehe, dass da irgendwelche Programme im Hintergrund einfach laufen, die nicht da sein sollten, die ich auch nicht installiert habe vielleicht. Was mache ich denn da? Ja, dann hast du das Große losgezogen. Oh ja, sehr schön. Dann würde ich im ersten Schritt das Gerät einmal komplett auf Werkseinstellungen setzen. Damit sind auch alle Daten weg, also alle Fotos, alle Videos, alle Chatverläufe, sofern ich kein Backup habe. Backups, das werden Leben. Kein Backup, kein Mitleid. Genau. Habe ich von dir gelernt den Spruch. Ja, genau. Manche müssen es halt auf die harte Tour lernen. Also einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, dann sind alle Daten weg und somit ist der Hacker auch erstmal ausgesperrt. Klar gibt es da auch wieder den Sonderfall, wenn der Hacker schon in der Firmware drin ist und du die Firmware nicht neu installierst, sondern nur die Daten löscht. Dann ist das wie so eine Art Rootkit, so nennt man das in der Fachsprache. Dann sitzt der Hacker so tief im System drin. Also das ist auch wirklich der Extremfall, das wird auch wirklich nur bei einem gezielten Angriff der Fall sein. Also wenn du wirklich in das Visier von einem Hacker gerätst, wenn du wirklich für den interessant bist, also wenn du prominent bist zum Beispiel oder Politiker, dann kann sowas passieren. Das zieht dann aber schon viel weitere Kreise. Und ja, da geht es dann auch ganz schnell in so die Verschwörungstheoretik rein und sowas. Deswegen, das lassen wir jetzt einfach mal beiseite, das Thema. Ja gut, aber ich denke mir schon, dass, keine Ahnung, wichtige Persönlichkeiten, irgendwie Promis oder wie du gesagt hast, Politiker, dass die schon hier gezielt angegriffen werden. Natürlich, natürlich. Guck dir doch mal an, was da mit dem NSA-Skandal war. Genau, da denke ich auch gerade dran. Wo halt wirklich Geräte manipuliert wurden und teilweise werden auch Geräte von Herstellern manipuliert. Ja, okay, interessant. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein günstigeres Handy, keine Ahnung, im Elektronikfachhandel meines Vertrauens, jetzt ohne Werbung zu machen, kaufe, dann kann ich auch eigentlich sicher sein, dass da alles safe ist, oder? Ja, so alles, was im Einzelhandel verkäuflich ist, ist nicht gleich sicher. Also da bestimmt auch wieder der Markt das Angebot. Also klar, wenn man ein günstiges Handy anbietet, es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die das dann kaufen, weil es ist günstig, das hat eine gewisse Funktionalität und über den Datenschutz wird sich dann halt eher keine Gedanken gemacht, beziehungsweise man weiß es auch nicht wirklich. Und deswegen ist, ich sage immer so ein geflügelter Spruch von mir, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ja gut, das stimmt. Deswegen, gerade bei einem Smartphone sollte man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und es ist immer verlockend, wenn dann so ein Smartphone 150, 200 Euro kostet und es hat aber dieselben Leistungsmerkmale wie ein hochpreisiges Smartphone, da gehen bei mir schon die Alarmglocken an. Klar, die Geräte von den namenhaften Herstellern sind überteuert, da sind wir uns alle einig. Zahlt es halt auch den Markennamen mit. Du zahlst den Markennamen mit. Die sind nicht umsonst so groß, wie sie so sind. Also klar gibt es da immer mal so Skandalchen. Bei OnePlus gab es mal einen Skandal, dass auf einmal das Benutzer, dieses Programm zur Erfassung der Benutzerfreundlichkeit automatisch aktiviert wurde. Somit wurden Telemetriedaten rumgeschickt. Oh, schön. Arg. Ohne, dass der Nutzer was davon wusste. Ja. Also das ist auch ein Skandal. Und das ist auch eine Form von, naja, Hacking jetzt nicht unbedingt, aber man hat den Benutzer da schon irgendwo hinter das Licht geführt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wäre ich auch nicht begeistert, wenn da oben zu fragen, Biometriedaten. Ich meine, damit kannst du ja Online-Banking-Konten entsperren. Dazu gehört ja Fingerabdruck, die Gesichtsbiometrie. Genau. Und ändere mal deinen Fingerabdruck. Ja, schwierig, ne? Schwierig, ne? Ich denke ja gerade so an Mission Impossible, oder war das da? Ja, ändere mal deinen Fingerabdruck. Okay. Das geht gar nicht so einfach. Krass. Ja, nochmal, um auf dieses Hacking zurückzukommen. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie merke, mein Handy ist hier gehackt worden, hast du gesagt, okay, einerseits auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn das nicht funktioniert und der Hacker schon in diesem Root drin ist, dann Handy einfach wegwerfen und neu kaufen. Wie kann ich mich davor schützen? Gibt es da irgendwie Programme? Kann ich da was scannen? Kann ich da den... Also man kennt ja auch vom Browser diese Antiviren-Programme. Brauchst du was auch fürs Handy? Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So ein Antiviren-Programm ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite verbrauchtes Ressourcen. Auf der anderen Seite bietet es dir aber einen gewissen Schutz. Ein Gewissen? Ein Gewissen. Das heißt, ich bin nicht safe. Das hört sich so an, oder? Nein, du bist niemals safe. Oh Gott. Also von dem Gedanken kannst du dich direkt verabschieden, wenn dich jemand hacken möchte. Und das ist leider die traurige Wahrheit. Wenn jemand es gezielt auf dich abgesehen hat, dann wird er es früher oder später schaffen, je nachdem, wie viele Mittel er zur Verfügung hat, an deine Daten ranzukommen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Aber es ist halt so. Aber in den meisten Fällen bist du ja nicht Ziel von irgendwelchen Hacker-Gruppen. Ja gut, ich jetzt hier mit den Podcasts als Promi, da muss ich auch schon aufpassen. Ja, ja gut. Nee, Quatsch. Ja, die digitalen Attentäter. Ja, krass. Da kann man es, glaube ich, am besten vergleichen. Ja, also wie gesagt, diese Apps kann man benutzen. Da gibt es einen ganzen Haufen von, auch von namenhaften Antivirenherstellern. Da kann man einfach mal ein bisschen suchen. Ich will jetzt hier keine konkrete Empfehlung abgeben, weil dafür ist der Markt einfach zu breit. Und da kann man mal gucken. Da gibt es auch kostenfreie, da gibt es auch kostenpflichtige. Ja, die erkennen auf jeden Fall schon ein bisschen, was auf dem Handy dann abgeht. Das Handy selbst, also das Smartphone selbst, hat auch eingebaute Schutzmechanismen, die auch warnen. Von daher, wenn man alles aktuell hält und einigermaßen aktuelle Hardware hat, dann ist man eigentlich schon gut gerüstet gegen Angriffe. Das heißt, wir sagen ja auch immer gebetsmühlenartig, Updates machen, Updates machen, Updates machen. Hier an dieser Stelle auch, haltet euer Smartphone immer auf dem neuesten Stand. Sobald ein Update kommt, direkt Update durchführen. Wichtig, ne? Ja, und vor allen Dingen auch ab und zu mal gucken, ob noch Updates ausstehen. Weil mittlerweile werden Updates in der Nacht, wenn das Handy auf dem Strom hängt oder was, automatisch installiert. Das ist ja auch eine super Funktion. In diesem Zeitraum, in dem das Handy normalerweise nicht genutzt wird. Genau, so habe ich das auch eingestellt, ja. Man sollte trotzdem immer mal wieder reinschauen, okay, vielleicht hat sich auch dieses Programm einfach verabschiedet. Also kann ja sein, dass diese Update-Routine dann einfach irgendwann mal stillgestanden hat. Und dann Updates in der Warteschlange sind, die nicht installiert wurden. Okay. Deswegen immer mal so ab und zu mal reingucken und vor allen Dingen auch ausmisten. Das ist wichtig. Apps, die man nicht nutzt, löschen. Apps, die man nicht nutzt, löschen. Weil die verbrauchen nur Ressourcen auf dem Gerät. Die machen ja auch Updates immer. Genau, die brauchen auch Updates. Und wer weiß, ob die App, die du vor sieben Jahren auf deinem Handy installiert hast, Ja, ob die überhaupt noch Updates bekommt. Überhaupt noch gepflegt wird. Deswegen immer mal regelmäßig ausmisten und gucken, ob ich die Apps überhaupt noch brauche, die da überall installiert sind. Okay, macht Sinn. Kann denn so ein Hacking-Angriff auch über eine App erfolgen, die man selbst installiert, also die man jetzt zum Beispiel aus dem Play Store oder sonst wo halt runterlädt, kann das auch passieren? Oder sind die alle safe? Ja, da müssen wir unterscheiden. Also einmal die Apps aus dem Play Store werden von Google geprüft. Das steht ja dann auch immer dran, hier von Google Protect geprüft. Da kann ich eigentlich mit ruhigem Gewissen sagen, 100% sicher gibt es ja nicht. Aber die sind dementsprechend sicher. Die sind geprüft worden von Google. Und da kann man schon von ausgehen, okay, da ist kein Mist drin, kein Schadcode oder sowas. Anders sieht es hingegen aus, wenn ich mir Apps aus dem freien Internet herunterlade. Gibt es ja auch, dass ich irgendwie gesagt bekomme, ja, hier, du willst die und die App nutzen, dann lad das doch mal hier und da runter. Das war, glaube ich, früher bei Prime Video so. Oder irgendwelche Amazon-Apps. Weil Amazon ist ja auch eine eigene App. Und den musste man sich erst früher installieren. Das ist halt auch ein Spiel mit dem Feuer. Weil das kann sonst was sein. Das ist nicht geprüft worden von Google. Und klar, da steht dann der Hersteller von dem Spiel drauf, was ich jetzt gerne spielen will. Aber wer weiß, was der da in sein Spiel noch alles für schöne Sachen mit reingepackt hat. Oder welcher Hacker einfach sich das Wording zunutze macht und davon halt seine Malware, seine Schadsoftware halt vertreibt. Genau. Okay, interessant. Wir haben jetzt da über die Hacking-Angriffe, über potenziell kontaminierte Apps gesprochen. Wie sieht es denn aus mit WhatsApp-Nachrichten, mit Messenger-Nachrichten? Kann so ein Hacking-Angriff auch darüber erfolgen? Ja, also wenn du einen Anhang bekommst über zum Beispiel WhatsApp oder Signal oder was auch immer, dann gilt dasselbe wie bei zum Beispiel E-Mails. Genau, okay. Also klar, du kannst es runterladen, du kannst es ausführen und es kann halt sonst was sein. Es gab mal Angriffe, das ist vielleicht ganz interessant. Die haben Schwachstellen in, glaube ich, WhatsApp ausgenutzt. Das waren so Crashcodes. Ah ja, okay, habe ich auch mal gehört. Damit kannst du die App halt komplett zum Absturz bringen, wenn du diese Nachricht schickst. Das sind dann einfach irgendwelche wirren Zeichen. Genau, das wurde ja dann als Kettenbrief auch vercheckt. Also sowas ist dann auch perfide, wenn man dann die Lücken im Messenger ausnutzt. Das geht auch. Und es gibt auch Angriffe, wo du Schadcode in einem Bild versteckst, zum Beispiel. Weil Bilder sind auch nichts anderes als die einzelnen Nullen. Und Schadcode ist auch nichts anderes als die einzelnen Nullen. Klar, das ist ein ziemlich komplexer Angriff und kommt, soweit ich das weiß, relativ selten vor. Aber geht auch. Das geht auch über den Messenger. Geht auch über den Messenger dann. Das ist ja krass, dass man eigentlich vor nichts mehr sicher ist. Natürlich, Gefahren lauern hinter jeder Ecke im Cyberspace. Okay. Ja, was mache ich, wenn ich dann so einen Hacking-Angriff per Messenger bekommen habe? Kann ich auch nichts dagegen machen, ne? In der ersten Instanz halt wirklich, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, einmal Factory Reset. Also das gleiche Spiel nochmal. Das gleiche Spiel. Dann bist du wirklich safe. Du zahlst halt mit deinen Daten, die dann verloren gehen. Aber besser als ausgespioniert zu werden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Sorry, da brauche ich mal die beiden Bilder unter. In der zweiten Konsequenz, wenn ich weiß, die Nachricht kam von einem Kumpel oder von jemandem, den ich gar nicht kenne, die Person dann auch einfach melden. Oder noch besser, das Ganze zur Anzeige bringen. Okay, ja. Weil das ist strafbar. Hacken ist einfach strafbar. Ja, klar, natürlich, ja. Das heißt, auch wenn ich jetzt merke, okay, von einem Freund, von einer Freundin bekomme ich diese Nachricht mit Schadcode zum Beispiel, dann aber nicht die Person anzeigen, oder? Sondern vielleicht erst mal der Person Bescheid geben. Ja, klar. Ich habe dann eine komische Nachricht von dir bekommen. Genau. Warst du das? Erst mal abklären. Genau. Kann ja sein, dass das gar nicht von ihr oder von ihm kam. Und da dann einfach hinterher sein. Also jetzt nicht direkt mit dem Anwalt da aufmarschieren. Ja, schön. Das wäre ein bisschen zu scharf. Die eigene Mutter angezeigt. Genau. Aber ja, einfach abklären, einfach miteinander reden. Das bringt schon viel. Und wenn es dann heißt, ja, hey, das war nur ein Spaß und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und ja, dann kann man sich ja selber, kann man ja selber entscheiden, ob man sagt, ja, okay, Entschuldigung, angenommen. Ja, klar. Oder halt nicht. Ja, gut. Ja, ich meine, meistens ist das ja dann unwissentlich weiterverbreitet worden. Denke ich mal, hoffe ich mal. Ja. Ja. Okay. Ja, interessant auf jeden Fall. Was siehst denn du so als größtes Risiko an, wenn dein Smartphone gehackt werden würde? Was wäre für dich so am gefährlichsten in dem Fall? Naja, am gefährlichsten sind die Kameras. Kameras? Ja, ganz klar. Kameras und Mikrofon. Das steht bei mir eigentlich so auf einer Ebene. Weil Kamera nimmt mich auf, Handy habe ich immer irgendwo dabei. Wenn ich irgendwie auf dem Klo sitze oder was und durch irgendwelche Social Media Kanäle durchscrolle, kann ich gefilmt werden. Nicht cool. Nicht cool. Wenn ich irgendwie was mit meiner Freundin berede, dann werde ich dabei aufgenommen. Auch nicht cool. Deswegen, das sind für mich so die zwei größten Fallen von so einem Smartphone. Und wie sieht es da jetzt mit Online-Banking aus? Also mittlerweile, ich nutze ja auch Online-Banking über Smartphone, gerade diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wie sieht es damit aus? Das ist natürlich auch ein Risiko, oder? Ja, das ist auch ein enormes Risiko. Immer da, wo du sensible Daten verarbeitest, musst du einen hohen Schutz auffahren, was das angeht. Und Online-Banking, also ich nutze da nichts mit SMS-TAN oder sowas. Das ist mir alles viel zu unsicher. Sondern wirklich optisches TAN-Verfahren, da kann auch eigentlich nichts schief gehen. Also deswegen, aber trotzdem, du hast da vollkommen recht, da lauert auf jeden Fall auch eine Gefahr. Ja klar, weil da geht es ja auch um die digitale Identität und eins unserer Lieblingsstichwörter. Vielleicht kannst du hier nochmal ganz kurz umreißen, was es denn mit der digitalen Identität auf sich hat. Naja, das ist ganz einfach. Du hast ja zum Beispiel einen Personalausweis. Sowas ähnliches hast du in der digitalen Welt ja auch. Das sind einfach deine personenbezogenen Daten. Das ist dein Vorname, dein Nachname, vielleicht sogar dein Wohnort, dein Geburtsdatum. Sollte Daten kursieren ja auch im Netz über dich. Du hast irgendwo ein Benutzerkonto, da hast du auch einen Vornamen und Nachnamen, ein Geburtsdatum angegeben und deine E-Mail-Adresse zum Beispiel. So, und das ist jetzt dein, ich sag mal, digitaler Personalausweis. Damit kannst du sagen, sagen, okay, ich bin jetzt der Dennis und ich möchte mich jetzt hier anmelden. Dann werden diese Daten geprüft. In den meisten Fällen ist das ein Benutzername und ein Passwort. Genau. Und wenn das alles übereinstimmt, dann hast du dich erfolgreich angemeldet. Wenn man jetzt böse ist, kann man diese Daten mobsen. Also das heißt, in der echten Welt würde das so aussehen, ich halte dir eine Knarre an den Kopf und sag, gib mir mal deinen Personalausweis. Da ich jetzt zufälligerweise mit Vornamen auch Dennis heiße, müsste ich an dem Personalausweis gar nicht mal so viel verändern. Und schon könnte ich mich als dich ausgeben. Und da sehen wir auch schon direkt, wo hier der kritische Punkt liegt. Ich kann mich als jemand anders ausgeben. Ich kann im Namen von jemand anderem zum Beispiel einkaufen. Also, um es mal juristisch auszudrücken, Rechtsgeschäfte tätigen. Das ist fatal. Das ist richtig fatal. Ich erinnere mich auch an ein Beispiel, was der Erwin in den Sparta-Self-Self-Vorträgen auch mal gebracht hat mit Verkaufen, was viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Dass dann zum Beispiel der Hacker mit der gestohlenen Identität einen eBay-Account eröffnet oder schon diesen gehackten eBay-Account nimmt und dann, ich sag mal, 200 iPads verkauft. Er kassiert das Geld auf sein PayPal-Konto. Das Geld wird abgehoben. Er ist weg. Und dann kommen die Anzeigen. Wo bleibt mein iPad? Und man weiß gar nicht, was wollen die jetzt von mir? Man hat ja davon ja nichts mitbekommen. Das ist halt auch so ein Beispiel. Auch so im Wahnleben des Öfteren passiert. Ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Auch richtig gefährlich. Und da kann es dann auch eben teuer werden beziehungsweise anwaltlich unterwegs ist. Auf jeden Fall sehr, sehr stressig. Du, ich habe da das beste Beispiel aus meinem näheren Verwandtenkreis. Da war es so, ich kann es ja eigentlich sagen, mein Bruder, der ist mit einem Mädel zusammengekommen und die hat in seinem Namen eingekauft. Die sind relativ schnell zusammengezogen. Die hat über Monate hinweg nur anhand der Adresse auf seinen Namen wirklich Bestellungen getätigt von mehreren tausend Euro. Also auf Rechnungen. Auf Rechnungen. Ach du. So, das zeigt mal wieder, wie behutsam man mal mit seinen Daten umgehen kann. Gut, das war jetzt wirklich so von ihr eine ziemlich betrügerische Kiste. Auf jeden Fall. Sie ist ja nur mit ihm zusammengekommen, um auf seinen Namen einzukaufen. Aber jetzt stell dir mal vor, du gibst irgendwo bei, keine Ahnung, einem Preisausschreiben oder was auch immer. Online-Casino. Online-Casino, genau. Gibst du deine Adresse an und deinen Namen. Ja, schön. Und da kann da jemand auf meine Kosten einkaufen. Und es reicht wirklich nur Name und Adresse. Steht in jedem Telefonbuch. Nur mal so. Und dann auf Rechnung eingekauft. Schön. Ja. Der ist immer noch dran mit seinen Anwälten oder mit seinem Anwalt. Auf jeden Fall. Sag mal so, ein, zwei Verhandlungen sind jetzt noch nicht so gut für ihn ausgegangen. Das ist ein Riesenstress. Das ist echt ein Riesenstress. Muss man ja eben auch erstmal nachweisen, dass man das selbst nicht war. Ja. Und das kannst du kaum. Ja, deswegen. Immer schön aufpassen. Aber wir haben eben ja schon so ein bisschen das Thema Passwort angerissen. Da würde ich auch gerne ein bisschen drüber reden. Ja, sehr gerne. Passwort ist sehr wichtig. Ja, Passwörter sind ja wirklich so das Gold im Internet. Wenn du ein Passwort hast, dann kommst du irgendwo rein. Ich finde, Passwörter prinzipiell gehören eigentlich abgelöst. Okay. Wir haben ja schon über digitale Identität gesprochen. und es gibt sowas wie Zertifikate. Ein Zertifikat ist nichts anderes wie ein digitaler Personalausweis. Haben wir auch eben schon gesagt. Nur, dass dieser Ausweis auch von einer Stelle erstellt wurde, die vertrauenswürdig ist. Von der offiziellen Seite von der offiziellen Seite. Wenn wir es jetzt wieder auf den Personalausweis übertragen, dann wurde unser Personalausweis ja von der Bundesdruckerei erstellt. Das ist ja eine Instanz der Bundesregierung. Und von daher, wir vertrauen alle der Bundesregierung. Deswegen können wir uns damit überall authentifizieren beziehungsweise ausweisen. Das Ganze gibt es auch im digitalen Raum. Nennt sich Zertifikate. Und da stehen dann auch so Daten drin wie Name und ja, der Wohnort jetzt nicht. Aber hauptsächlich der Name. Und darauf kommt es auch an. Da ist auch noch ein öffentlicher Schlüssel hinterlegt. Wenn ich das jetzt erkläre, geht das, glaube ich, ein bisschen zu tief in die Materie rein. Man muss nur wissen, dieser Schlüssel, dieser öffentliche Schlüssel ersetzt quasi das Passwort. Das ist einfach eine zufällige Zeichenkette, die dann generiert wurde. Aber wichtig ist, dass dieses Zertifikat von einer offiziellen Stelle beglaubigt wurde. Also ausgestellt wurde, signiert wurde, sagt man dazu in der Technik. Diese Authentifizierung ist wesentlich sicherer. als das normale Benutzername Passwort. Und da sollte der Weg eigentlich hingehen. Okay. Weil ein Passwort, das kann ich vergessen. Das kann mir abhanden kommen. Ich kann einfache Passwörter vergeben und dann brauche ich auch gar keins vergeben, weil wenn ich jetzt Start irgendwie, keine Ahnung, 4711 eingebe als Passwort, dann gebe ich dir Brief und Siegel. Das knackst du mit einem alten Laptop innerhalb von ein paar Minuten. Wir kennen ja alle dieses Tool, die Zeit berechnet, wie schnell ein Passwort geknackt werden kann. Es erschreckt auf jeden Fall. Leider bieten viele das noch gar nicht an, sich mit einem Zertifikat zu authentifizieren. Ich kenne es auch tatsächlich nur von meinem Steuerprogramm, aber ansonsten habe ich das, glaube ich, noch nie genutzt. Auch noch nie irgendwo gesehen. Das ist schade, weil es halt noch nicht so verbreitet ist. Weil es noch nicht so in den Köpfen angekommen ist. Aber wenn wir jetzt schon gezwungen sind, Passwörter zu verwenden, dann kann ich dir auf jeden Fall noch einen geilen Tipp geben. Ja, sehr gerne. Und zwar Passwortmanager. Wenn du, du hast zum Beispiel, der Erwin sagt es ja auch immer, du hast so eine Satzbaulogik. Genau. Du hast einen Merksatz, den änderst du natürlich für jedes Konto ab. Aber was ist denn, wenn du dir statt diesem Merksatz nur noch ein Passwort merken musst? Für den Passwortmanager meinst du? Für den Passwortmanager, genau. Der kann doch aber auch hier geknackt werden, oder? Nicht unbedingt. Der ist, wenn du den anständig verschlüsselt, nein. Okay. Also diese Passwortdatenbank, weil nichts anderes ist es, eine kleine Datenbank, wenn die stark verschlüsselt ist, dann kannst du da zwar drankommen, das dauert aber so ein paar Millionen Jährchen. Ah ja, okay. Wenn jemand nach ein paar Millionen Jahren an mein Passwort kommt, dann kann er das auch gerne haben. Ja, also dann kriegen wir es nicht mehr mit. Nee, ich glaube auch nicht. So, und dann heißt, du hast so einen Passwortmanager. Da gibt es auch viele Open-Source-Lösungen, die verbreitest du das KeyPass, kann man auch mal ganz offen sagen, also die sind auch wirklich gut. Da merkst du dir ein Passwort, damit entschlüsselst du die Datenbank und das geht auch zertifikatsbasiert übrigens. Ah ja, sehr schön. Damit entschlüsselst du die Datenbank und dann hast du alle deine Kennwörter. Die können so komplex sein, wie sie wollen, du musst sie dir ja nicht merken. Das ist ja das Schöne. Du darfst halt nur nicht diesen Passwortmanager verlieren. Ja, dann bist du nämlich aufgeschmissen. Dann hast du ein Problem, dann musst du deine Passwörter zurücksetzen. Und zwar alle. Ja. Schön. Mühselig, habe ich auch schon hinter mir. Ah ja, sehr schön. Mühselig, aber nicht unmöglich. Da muss man durch, ja. Ja. Da kann man auch immer mal schön ausmisten, so von wegen, ja brauche ich den Account noch? Nein. Ja, okay. Ja, stimmt. Da kann man dann wahrscheinlich auch aussortieren. Auch wieder. Wenn du ein Konto nicht mehr brauchst, dann lösche es. Ja, ne? Je mehr Konten man hat, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, von einem dieser Konten auch einen Angriff zu erfahren oder gehackt zu werden oder da in irgendeiner Datenbank zu landen im Darknet. Wir kennen ja auch die Seite Have it been owned, die dann anzeigt, mit welcher E-Mail-Adresse ich auf welchem Konto gehackt wurde oder beziehungsweise nicht gehackt wurde, aber wo die Daten eben bekannt geworden sind. Bekannt sind, ja. Ja. Ganz klar. Okay, das heißt, alte Apps löschen, alte Konten löschen. Genau. Wichtig, ja. Passwort Manager verwenden. Passwort Manager verwenden, Updates machen, Updates machen, Updates machen. Backups machen. Und Backups, richtig, genau. Weil, merkt euch wirklich, kein Backup, kein Mitleid. Ja, ja. Ist, ja, den habe ich auch schon öfter gehört, ja den Spruch. Das ist das Erste, was ich frage, wenn jemand zu mir ankommt und sagt, ah Dennis, kannst du mir mal helfen? Ich habe hier ein Problem und, ja, meine Daten sind jetzt alle weg. Ja, hast du ein Backup? Ja, nee. Und warum nicht? Ja, habe ich halt nie gemacht. Ja, dann, Pech. Ja, es ist zwar bitter in dem Moment, aber so ist es eben. Also, es ist halt wirklich wichtig, Backups. Ich meine, es ist ärgerlich, wenn ihr dann, alle Fotos von vor zwei Jahren, die sind auf einmal alle weg. Also, ich mache auch immer regelmäßig Backups, also eigentlich jeden Monat, wo ich dann einmal auf einer komplett externe Festplatte mit ausreichend Terabyte wirklich alle Daten rüberziehe, die dann auch nicht am PC dran ist und, ja, sollte man einfach tun. Ja, das ist gut, weil wenn der Verschlüsselungstrojaner dann auf einmal bei dir auch vor der Tür steht, dann ist er natürlich auch auf der Festplatte. Dann ist er auf allen Festplatten, die an den Computer angeschlossen sind, allen Geräten, die im Netzwerk, wo du halt im Netzwerk drauf Zugriff hast. Also, wenn du jetzt irgendwo einen Netzwerkspeicher stehen hast, wie so eine NAS, dann ist die natürlich dann auch verschlüsselt. Da hast du das ganz große Losgezogen. Sehr schön. Das heißt, vom Netzwerk trennen dieses Backup-Medium und dann... Genau. Also, ich mache es immer so, ich habe so eine Auslagerungsfestplatte, dass ich da so einen regelmäßigen Turnus, ich mache, glaube ich, sogar wöchentliche Backups bei meinem Rechner und dann im regelmäßigen Turnus verschiebe ich die Backups auf die Auslagerungsplatte, die steht dann irgendwo am Strang und gut ist. Ja, ja, klar. Also, wenn man es übertreiben will, dann schließt man die in ein Bankschließfach ein. Ja, okay. Das sind dann wirklich Leute, die meinen es dann sehr, sehr gut. Die meinen es ernst. Ja, die meinen es ernst. Ja, cool. Ja, wir haben ja heute echt viel gesprochen über Smartphones und sind dann ein bisschen vom Thema abgekommen, sind in der Richtung allgemeinen Hacking und Identitätsdiebstahl und Backups und Updates und alles Mögliche gekommen. Ist aber auch wirklich ein ultra wichtiges Thema. Ich würde auch sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben ja, wie gesagt, über mega viel heute gesprochen. Lasst das erst mal sacken daheim. Dennis, möchtest du noch noch irgendwas sagen, noch irgendwas loswerden, noch irgendeinen Master-Tipp? Ja, passt auf eure Geräte auf. Guckt, dass ihr wirklich die Updates immer installiert. Dann seid ihr wirklich schon auf einem sehr guten Weg. Klickt nirgendwo drauf, was euch komisch vorkommt. Ja, passt einfach auf, wenn ihr euch im digitalen Netz bewegt. Sehr schön. Sehr cool. Ja, Dennis, vielen Dank. Hat wieder mega Spaß gemacht. Ich habe auch wieder was gelernt. Gerne, gerne. Wie fandest du es? Erster Podcast heute? Hast du Bock, noch mal eins zu machen? Ich habe mega Bock. Also ich bin ja großer Freund von Podcasts. Also ich höre parallel, keine Ahnung, bestimmt vier, fünf Podcasts. Und parallel, ja, parallel, auf jedem Ort drei bis vier. Ja, sehr schön. Und nee, also macht mega Spaß und ja, habe ja auch einen guten Gesprächspartner. Ja, mit einem schönen Namen. Ja, muss am Namen liegen. Muss am Namen liegen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann damit zum Ende. Das war heute unser Podcast zum Thema Identitätsliebstahl, Smartphone, Backups, Sicherheit, Updates und alles Mögliche. Also wieder sehr gemischt, aber auf jeden Fall sehr informativ. Und Dennis, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich freue mich dann schon auf den nächsten Podcast. War lockes Gespräch. Heute war sehr geschmeidig, lief das. Und ja, euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und abonniert uns auf jeden Fall auf Spotify, auf den ganzen Plattformen. Und ja, Dennis, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bleibt sicher, genau. Danke, ciao. Ciao. Das war schon gewusst. Der Podcast von Spardas Surfsafe. Bis zum nächsten Mal.